Yo, what's up guys, it's your voice, the candy cartel, the sea, what the part, 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 boy. Warum ich das Intro alleine mache, ist, weil keiner wahrscheinlich ans Intro gedacht hat, aber auf jeden Fall, ich fahre jetzt zum Hauptbahnhof und da treffe ich die Jungs und ab da sind wir alle wieder zusammen. Ich bin jetzt am Hauptbahnhof, ich laufe, 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 Teddy und Jivi sind schon da. By the way, Slanky, und wer noch? Slanky, Jerry und Tyler können heute nicht, Slanky, werdet ihr sehen, ist verletzt, Jerry, ja, Tyler hat Training und genau, ich laufe jetzt zu den Boys und wer kommt denn noch von Candy? Von Candy kommt noch Lenny, genau, Lenny kommt noch, er müsste auch früher oder später da sein und yes sir. Ich war heute der Erste hier, pünktlich um Fitte vor, wir haben gesagt, ich treffe uns um 16 Uhr, wir haben jetzt gerade 16.30 Uhr und ich war jetzt alle zu spät. Schämt euch, das erste Mal pünktlich, das schämt euch. Entweder der kommt gar nicht oder der ist spät. Egal, ich habe schon Alte und Jivi heute beiden, beiden neue Sonnenbrille an. Ihr wisst doch, Lenny in the cut, Lenny Romeo, ihr wisst wir schein. Ich hab so gewusst, ich hab zu glück, dass ich mich meinen Check angestellt hab. Ich hab so überlegt, ich hab so überlegt. Wow, Lenny freshbeut, freshbeut. Ah, wir sind heute stark mit den Gürteln, gewissst, nicht frei? Hast du irgendwas zu sagen, Teddy? Hast du irgendwas zu sagen, du sagst? Was hast du zu sagen? Free, just free. Was hast du zu sagen, Teddy? Einmal BLM. Einmal BLM. Alles gut, alles gut. Alles gut, Teddy? Ich hab was, ne? Alles gut? Ich hab was, ne? Tschüss, tschüss. Ey, Jimmy. ...auffottern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. So, einfach nichts gemacht, wieder kontrolliert worden, wieder wir, so auf den. Immer die Schwarzen. Immer die Schwarzen. Black Lives Matter. Du willst einen schönen Tag haben. Du willst einfach chillen. Wir kommen ohne böse Absichten. 2 Minuten, ne? 2 Minuten. Ey, Junge, jetzt... Jetzt, guck mal, guck mal, guck mal, jetzt darf ich mich nicht provozieren lassen. Du musst einfach ruhig machen. Ey, Junge, komm mir doch mal hin. Nein, nein, wohin geht der? Wohin geht der, Alter? So, wir suchen jetzt aus, wo wir essen gehen. Wir haben keinen Schimmer. Wir wurden gerade einfach vom Polizei kontrolliert. Schon wieder, aber keine Ahnung, wieso. Ähm... Ähm... Ja, wir sind jetzt... Hier, aber hier ist alles dreckig. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Für dich nicht, weil du hast keine Jacke? Ja. Wir haben uns für Burger King entschieden. Burger King... Was ist besser? Ja, das ist... Ja, ey. Was ist... Ja, ey. Was ist... Und was ist besser, Burger King oder McDonalds? Schreibt in Kommentare. Ich arbeite bei Meckes, deswegen muss ich Meckes sagen. Fuck... BKs. MCDs. Guck mal, der arbeitet bei Meckes und daneben ist direkt Burger King. Und... Der macht Arbeit, Schluss, Feierabend und dann geht er zu Burger King. Der Nigger hat Klatsche. Manchmal brauchen wir ein bisschen Abwechslung, weil ich krieg der ja umsonst Essen bei Meckes. Ich hab so Glück. Du hast was? Ich hab so... Wer? Ich hab so... Ich hab so... Wer gefragt hat, Nicke. Teddy ist jetzt da, redet mit irgendwelchen Leuten. Wir haben uns Essen gehört, Burger King und Bisschen. Ja, ja. Klopf, mein Chef. Teddy ist da hinten. Teddy! Wichtiger N-Ninei. Die schicken uns raus, Alter. So praktisch, Alter. Boah, so dirty, man. Alter, kurz in New York, Alter. Oder so. Guck mal, wir essen hier. Hier draußen einfach. Weil überall 2G, alles abgesperrt. Wir haben 2G und so, aber alles abgesperrt für uns. Die da hinten singen wie crazy Leute. Ich weiß nicht, was los mit denen ist. Der Döner wird immer auf Bokken, Alter. Mh, man hat das. Ich hab so einen Döner. Hey, ich hab so einen Döner. Ich hab so einen Döner. Heute machen wir mal einfach... Da. Da. Guck mal. Wir haben Wiss. Das geht. Gideon. Erzähl mal, wer bist du? Ja, ich bin Gideon. Jedenfalls so. Kommen aus Oberhausen. 16 Jahre alt. Und heute machen wir diese Karneval-Interviews. Ihr seht schon Crack Cats überall, ihr wisst Bescheid. Tschüss. Lass mal rein gehen. Komm. Hey, wir müssen crazy hier. Wir müssen crazy hier. Hey, komm rein gehen. Hey, komm, reingehen. Ja. Lass mal rein gehen. Lass mal rein gehen. Komm, Lass hier. Komm. Let's go. Stop it, get some help. What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Yes, yes. What do you think? Can't you cut it! Don't cut! 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 Thank you! I saw your new video! I'll do a video again! Do you want to say something? Hello! Hey! 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 Wow! Pussy nigga! Pussy nigga! Hey! 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 Hey hey hey! Hey hey! Hey hey! Ich sehe das, du! Hey hey! Hey hey hey! hey 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 I don't be choose am I making money of my best I don't know you should go my new world this is the nooit more problem I don't know you should go my best I don't want to be here I just like it I don't want to be here This is my You Oh It's true Come on D ja 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 105 dach da kozu kohzi a kaido Hey man, wir sind hier gerade, shit is crazy, meine Stimme ist weg, weil wir waren gerade im Moshpit und so, wir haben geschrien und shit und ich gehe jetzt wieder zu den Jungs. Moshpit, 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 Moshpit. Mach auf, mach auf, geh nach hinten, geh nach hinten, geh nach hinten, geh nach hinten. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey Der Alkohol ist in meine Hose gegangen. Tschüss. Oder ich bin Yannick. Ich bin nie, Digga. Oh, mein Typ. Voller Jacke, Digga. Abo. Ey, ey. Ey, ey. Bruder, was machen die hier? Wir übernehmen. Bruder, ich schwöre, wir übernehmen einfach die Tisse. Wir übernehmen einfach die Tisse. Es sind immer noch zu wenige, Alter. Es sind immer noch zu wenige. Die anderen hören Schlager und so, Digga. Das ist zu viel. Ich schwöre. Ey, ihr wisst nicht, ey. Ihr kennt die Karte Präsent. Oh, Ruhe. Ey, ey. Ey, ey. Komm, dummy. éric. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, 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 where are the bitches at? Go here, go here. Go here, where are the bitches at? Go here, where are the bitches at? Mercy, I want to say something to them. Ah, warte, ich gehe gleich, ich gehe gleich, ich gehe gleich. Die haben schon Musik wieder übernommen, die haben Musik wieder übernommen. Ich gehe gleich, ich gehe gleich. Ich gehe die Musik wieder übernommen. Nein... Sieh, sieh! Sieh ja, 114! Täblin, ey! Okay, okay, okay... Let's go! Aua, aua Okay, wen haben wir in der Karte? Jayden? 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 Ey, Liam! Candy Cartel, was sagst du? Ah, was geht ab? Ich liebe Candy Cartel. Ja, Mann. Du hast gut zu sein Ding. Ich muss das ruhiger machen. Jedenfalls ist der Assay hier, man. Ich hab wieder Ohrringe. Ja. Neue Superkraft? Nee. Alles geht crazy, Alter. Und ich bin heute wieder mit meinem Zoo in Lasten. Das ist ein... Super krass. Asiatisch? Dann gehen wir zu... Ja, ich weiß, wie wir hingehen. Hi! Also wir sind hier gerade in der Stadt, wo es... Wo ist der einzige, der vom Candy, glaube ich. Deutschland, ich brauche alle anständige Jungs. Hab ich vorhin alle getroffen, alle sehr liebe Jungs. Folgt den Jungs, liken, kommentieren. Ist das die erste Video? Ja, ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich komisch aus wie der, aber... Aber... Folgen wir auf Wichter. Willst du den Stopp? Ich ruf euch. Mach die Bühne nach unten! Held doch. Held doch. Held doch. Hast du Riesgert? Nein, Dio nicht. Dio. Nichts aggressiv. Also... Ich rufe! Ah, ist so kalt, man! Das ist ja unvermacht. Wer bist du? Lannik. 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 Frey. Jaden. Jaden. Jungs. Hey, hey! Ich hatte nichts tun, ne? Hey, Ruhe! Wo bist du? Was mit dir so tun? So, ich bin nur noch mit Tedding. Also Lannik ist gerade nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, wieso, wo er hingegangen ist. Aber der ist einfach verschwunden. Der ist nach Hause, okay. Teddy warst Bescheid. Da ist noch vorsichtig hier. Wir haben nur noch... Wir haben nur noch, ähm... Givi und Teddy bei uns. Der Rest ist weg, ja. Sag mal alles. Ja, ja. Guck mal, Leute. Ihr seht, ich übernehme einfach den ganzen Vlog. So, wir sind hier nur noch mit... Gabriel. Gabriel. Sag mal, warst du okay? Boah, ich muss sagen, Game läuft nicht so gut, ja. Unentschieden gerade so. Deswegen. Machst du nicht sagen, ja? Ja. 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 Hauptsache. Ich hab kein Spaß. Krank, Alter. das ist ungesund das ist ungesund er babbelt nur sollte der tag kommen dann werdet ihr das bereuen ich werde es bereuen du wirst bereuen dass du groß geredet hast ich sag nicht wer gewinnt aber wir müssen diese machen ja wir müssen was ist los mit dir der hat angst vor der niederlage angst vor der niederlage das hier ist wer bist du? wer bist du? wer bist du? ich kann nicht mal gerade stehen was ist los mit dem was machst du da was hast du da in deinem mund was meinst du bruder? ja besser so weil das ist ungesund das ist ungesund corona 1,50 m abstand bruder aber was mit dem mund hat ist ungesund das ist kein 11,50 m abstand bruder denn die kartell naps denn die kartell naps denn die kartell naps was? ey ey was sagt der denn über kick hast du gehört was der sagt? ey 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 ne was? 100 likes? 100 likes und machen 1 gegen king slay und sein nigger nein 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 wir machen das so oder so Mein Name wakest gar nichts. Auf jeden Fall, Kingstay Masini and Channel. Ihr klärt das mit Kingstay, ich hab da nichts zu tun. Was ist der Kingstay? Kingstay, Kingstay. Egal wann, egal wo! Mein Name ist gar nichts, du wirst. Kingstay Masini and Channel. Guck mal, ich sag euch so, ne? Der Nigga hat grad noch einen aufgemacht. Warte, 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 hier ist nochmal der Clip. Auf jeden Fall, Kicks, der macht Sinn hier. Channel, Smoke, oder Sprüche? Guck mal, ein weiser Mann sagt einmal, egal wie oft ihr kassiert, es kommt auf an, wie oft ihr aufsteht. GG, 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 GG. Guck mal, der klatscht für uns, der klatscht für uns. Jaden, was ist los, wo ist dein Cap? Einfach sein Cap ist da reingefallen. Einfach sein Cap ist da drinnen. Wo ist das? Der hat dich verarscht, Wallabilla, der hat dich verarscht. Hey, 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 guck mal hier! Ah, Lula! Der hat dich hochgenommen, Wallab. Der hat dich hochgenommen. Ich wusste es dir selber nicht, Bruder. Der hat dich doch genommen. Also, Leute, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Givi ist jetzt weg. Der Heavy geht jetzt auch. Da drüben ist Gabriel. Guck mal, Kingsley, dein Kollege. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Tschüss! 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 Wow! Warum so gay, Alter? Euer Kollege Kingsley! Der n***er f*** Jubo! Der n***er f*** Jubo! Der n***er f*** Jubo! iteren f*** Jubi discuter. Der n***er f*** Jubo! Das ist mein berle没 Bordeaux! Das ist mein berlema equitlich sein. Das ist mein berlema. Das ist mein berlema. Auf jeden Fall. codingстро light n***er nah. Mal mal im Maare. Hallo! Ich bin der Mann, der ist ein Mann, der ist ein Mann.